Jedes Bauvorhaben ist anders. Wir liefern just in time. Der Hauptgrund für Master Exit war, dass wir schneller werden müssen. Wir mussten flexibler produzieren. Wir mussten unseren Ausstoß erhöhen. Die FDU ist der größte deutsche Hersteller von Beton, Decken, Betonelemente, Fertigteile, Doppelwände. Wir haben 26 Standorte in Deutschland. Wir produzieren im Jahr ca. 6 Millionen Quadratmeter Elementdecke, 1,5 Millionen Quadratmeter Doppelwandelemente und ca. 100.000 Tonnen Betonfertigteile. Wir haben technisch viel modernisiert. Wir sind mit unseren Anlagen deutlich schneller geworden in der Vergangenheit und haben unsere Grenzen in der Betonerhärtung erreicht. Beim Beton findet in der Erhärtungsphase eine Hydratation aus Zement und Wasser statt, wo sich Calcium-Silikat-Kristalle bilden. Master Exit sind synthetisch hergestellte Calcium-Silikat-Kristalle, die in einer Suspension dem Beton zugegeben werden und dort durch ihre Kristalleigenschaften und Hydratationsprozesse die Erhärtung des Betons beschleunigen. Master Exit hilft uns dabei, dass wir die Paletten zum Teil doppelt belegen können. Das heißt, die Elemente, die wir morgens produzieren, können wir am Abend schon abheben. Durch Master Exit konnten wir je nach Standort bis zu 15% Energiekosten sparen, 10% Zement reduzieren und wir lagen früher bei 12 Stunden in der Aushärtung. Inzwischen schaffen wir es in 6. Unser Produkt ist allein durch die Energiesparnis deutlich nachhaltiger geworden. Das Team von Master Builder Solutions macht nicht nur den Verkauf, sondern es ist schon eine intensive Beratung an den Kunden. Am Produkt investieren wir sehr viel Zeit, nehmen Zementproben, nehmen Gesteinsproben, versuchen viel im Labor, bevor es zu einem Praxistest kommt, bekommen eine hervorragende Analyse mit einer Wirtschaftlichkeitsberechnung. Die Entscheidung fiel dadurch sehr leicht, dieses Produkt zurückzugreifen. Master Exit bringt uns einen Wettbewerbvorteil, weil wir jetzt schneller produzieren können. Wir können mehr Quadratmeter am Tag produzieren, weil wir sie schneller aushalten können. Der CO2-Footprint unserer Produktion hat sich durch Master Exit deutlich verringert.